Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die The Last Survivor. Wir sind, bzw. ich bin in der letzten Folge hier nochmal zurückgelaufen, hab mich ausgeleert, weil ich ja richtig voll war mit Loot. Jetzt gehen wir nochmal zurück in das kleine Dörfchen. Ich hatte hier noch ein bisschen Zombiebesuch, also die Nacht hab ich jetzt ganz bewusst rausgelassen. Ich hoffe, dass das auch mit der Aufnahme gut funktioniert, denn als kleine Info mal dazu, ich teste das gerade jetzt mal als LP-Aufnahme während der Stream läuft. Also das war jetzt von der Aufnahmezeit her im Vorgriff für den Benefit-Stream, der ja mittlerweile, wenn die Folge rauskommt, schon eine ganze Ecke zurück ist. Und ja, das einfach als kleiner Test, deswegen hoffe ich, dass das ganz gut funktioniert. Möglicherweise. So, und was ich in der ersten Session noch überhaupt nicht hatte, jetzt aber hier, und ich hab das auch schon bei anderen inzwischen in Videos gesehen, so stabil die Alpha-15 im Experimental war, so unstabil läuft sie, ja, auf der stabilen Version. Also es ist richtige, richtige Ruckler mit drin. Ich hab's ja gerade kurz erwähnt, ich nehm's da auch gerade so ein bisschen quasi im Stream auf. Und da werde ich auch gerade drauf hingewiesen, dass es ruckelt. Also es ist nicht nur im Stream so, ähm, sondern es wird auch auf der Aufnahme so sein, beziehungsweise ist es, ähm, auch direkt hier bei mir so. Ach guck mal, ein Zappel-Philipp. Wo zappelst denn du hin, Mann? Wie soll ich ihn nicht da treffen? So, wegen dir ist mir jetzt das Schwein davon gerannt. Oh Gott! Du traust dir was, mein Freund. Ist da noch einer? Ne. Bleib liegen! Mann! So, alles mitnehmen, alles hat irgendwie in der Alpha-15 seine, ähm, Werdigkeit. So, da kommen wir auch so langsam ins Dörfchen wieder rein. Also ich möchte wirklich mal wissen, an was das dann auch liegt, ähm, teilweise, dass auf einmal plötzlich, also in der Experimental, als ich gespielt hatte, da lief es eigentlich wirklich richtig flüssig. Und, ähm, ja, jetzt ist einfach der Fall, dass es nicht ganz so flüssig läuft. Ich wechsle jetzt mal auf die Pistole, also, weil beim letzten Mal, als ich hier reinkam, ähm, hatte ich gleich Besuch von ein paar netten Hunden. Und, ähm, das möchte ich nicht nochmal riskieren, dass da irgendwas schiefläuft. Also, hier hatten wir schon soweit mal geklärt, aber aktuell auch noch überhaupt keine Zombies hier. Hier in dem Haus rechts waren wir auch schon. So, ich muss, äh, jetzt dann doch mal so klein wenig, ähm, zwischendrin, also seht es mir bitte nach, wer jetzt das Ganze auf YouTube sieht, ähm, gehe ich doch mal drauf ein. Also, an der CPU-Auslastung liegt es nicht. Die habe ich hier im Blick, das habe ich mir ganz bewusst, habe ich mir das geöffnet, ähm, um eben zu sehen, wie ist die Auslastung. Wenn die Auslastung zu extrem ist, dann, ähm, werde ich das Ganze abrechnen, weil das macht dann keinen Sinn. Aber, die ist, ähm, soweit in Ordnung. Und das ist jetzt so ein Versuch, also ich, ähm, nehme jetzt hier, ähm, zeitgleich auf mit Bandicam. Und, ähm, eben der Stream läuft über OBS. Ähm, das Ganze werden wir dann auch noch mal in verschiedenen Variationen, sag ich mal, testen. So, irgendwo schreit da einer. Der ist im Haus. So, mein Freund. Ach, guck mal, hier ist sowieso schon fast offen. Dann gehen wir doch hier durch die Tür. So, da ist aber schon einer raus. Da flitzt schon einer. Ja, da ist eine Tante. Na komm. Da hast du noch mal Glück gehabt. Gleich noch mal einen leichten Linksschwenk gemacht. Da hast du dir nicht gleich in den Kopf reinbekommen. Leg dich jetzt hin. Oh Gott. Oh. Entschuldigung. So. Dann gucken wir mal ins Fäustchen rein. Gut, da kommen wir nicht durch. Sehr gut. Das war also totaler Quatsch und für den Arsch. Ich habe da irgendwie Angst, dass da auf einmal einer Böse hinter mir steht. Hm, ein paar Nestchen im Haus ist natürlich auch sehr schön. So, und da wir hier natürlich ein Lämpchen dran haben, nehmen wir die Pistole raus. Oh, Shotgun-Schematics. Scheint mir da drin zu sein. Ähm. Ähm. Scheint mir da drin zu sein. Oder draußen. Natürlich, die ist raus. Verarscht. So, dann werden wir da gleich mal weitermachen, dass wir das Häuschen hier gelootet bekommen. Ein paar Stiefelchen. Ja, die behalten wir mal noch so als Ersatz. Wer weiß, für was wir noch gut sind. Noch eine Hose, ich glaube, da hatten wir schon eine. Jupp. Die kurze da. Die können wir dann wegscrappen. Äh. Machen wir das sogar noch mit zusammen. Drehen wir noch ein bisschen Stoff gleich raus. Leder werden wir zwar fast lieber, dadurch, dass wir da auch noch mal herankommen an, ähm, oder leichter eine Ballon noch mal mitbauen können, um eine Forge herzustellen. Aber Stichwort Forge, ich brauche auch noch Clay. Kohle im Herd. Und das Metall, das drin war wahrscheinlich mal ein Topf, weil da habe ich immer noch keinen. Ich brauche unbedingt noch einen Topf. Jetzt komme ich ja was wolle. Das ist ganz komisch. Also, ich weiß auch nicht, mit Töpfen ist es hier wirklich ziemlich mau. So, zu essen habe ich nämlich auch nichts mehr. Das heißt, ich kann mir nicht mal was zu essen machen. Gar nichts. Null. Also, was das betrifft, ist echt ein mieser Stadt. So für die ersten Tage. Ich habe eigentlich alles mittlerweile gegessen, was da war. Das ist natürlich doof. Weil prinzipiell wollte ich jetzt noch nicht, ähm, nach Dearsville oder so rein. Das wollte ich mir noch ein bisschen aufheben. Oh, Crossbow Schematik. Das gefällt mir wiederum. So, ich werde auch diese Folge heute ein bisschen kürzer gestalten. Eben mit dem ganz einfachen Hintergrund, ähm, da ich überhaupt nicht weiß, wie die Aufnahme jetzt dann wirkt. Weil wenn es total im Eimer ist, dann werde ich logischerweise die Folge nochmal neu aufnehmen. Allerdings, ähm, um da eben nicht zu viel Zeit zu verlieren. Deshalb werde ich da heute oder diese Folge etwas kürzer noch gestalten. So hatte ich die Autos schon beim letzten Mal gemacht. Ja oder nein? Ich weiß es nicht mehr. So, Wellness geht runter. Ich habe nichts zu essen. Du hast doch bestimmt was zu essen dabei, oder? so? Ja. So. Und jetzt müsse ich wirklich... Naja. Komm her. Bleib. Liegen. Wo kommen denn die jetzt alle her? Oh Gott. Der war natürlich gleich mal voll daneben. Das Problem ist, der andere wird gleich wieder aufstehen. Jawohl, da ist es schon passiert. Komm, wir gehen mal in die Richtung, weil da stehen keine Autos. So, und ich hoffe, einer von euch hat was zu essen dabei. Weil so schön wie Fleisch auch ist und sonst was, es bringt mir gerade außer Animal-Hide. Also wenn ich Tiere jage, gar nichts. Also eben mit dem Hintergrund, dass ich noch keinen Topf habe, ja logischerweise auch keinen Grill. Da fehlt mir dann die Forge wieder rum dazu. So, der ist auch kaputt. Das hast du dir so gedacht, ne? Ei, 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 ihr habt auch nichts zu essen dabei. Gar nichts, ey. Das waren noch drei. Wo zum Geier? Liegt der dritte jetzt rum? Da habe ich die schon alle geloadet jetzt. Das kann natürlich auch sein. Ja. Guck an, was haben wir denn da hinten noch? Was haben wir denn da noch? Den hatten wir geloadet. Das hatten wir mitgenommen. Dann werden wir mal in diese Richtung dahinter schauen. Was ist denn das? Crack and Book? Ja, sehr schön. Das werden wir natürlich noch mitnehmen. Aber das, ich habe es gesagt, kürzere Folge heute mal. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Deshalb sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.